Du darfst dich hier oben sehen. Halt die Fresse. Like a sir, alter. No, no! Yes, hab ich schon. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele Glyphen. Es gibt glaube ich nur 10 oder so. Richtig geraten. So, den kann ich leider nicht machen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig. Das tut mir jetzt echt leid. Ich glaube, ihr seid jetzt alle am Heulen. Dass ich diesen geilen Aussichtspunkt nicht machen konnte. Dass ich jetzt leider, beziehungsweise nicht leider, aber jetzt Gott sei Dank, auch irgendwie, ich freue mich auch total drauf, die Hauptmission machen muss oder machen werde, wie auch immer. Der ist, ach ja, der ist da oben. Der feine Herr ist ganz oben. Der feine Herr Machiavelli. Machia, mach, 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 mach. Es gibt ja auch so einen Trend auf Facebook. Mal kurz richtig hinsetzen. So einen Trend auf Facebook. Dass ich alle, ich kenne viele Leute, die sich so den Vornamen und dann irgendwie keine Ahnung, Tobias Machiavelli oder so. Zum Beispiel. Weil zum Beispiel, also den gibt es jetzt nicht wirklich. Zumindest habe ich den noch nicht bei mir auf Facebook. Aber es gibt schon 3, 4, 5 Leute, die das so schon machen. Ja, die heißen dann, keine Ahnung, irgendeinen Vornamen und dann Machiavelli. So, what the fuck? Wieso? Was ist denn los mit euch, Alter? Aber naja. Jedem das, was er will. Würde ich mal so behaupten. So, gehen wir wieder zum Machiavelli. Mal gucken, was er sagt. Sagt er. Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt? Vinicio. Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Okay, wir haben das schwarze Pferd. Yes. Schwarze Pferde sind immer besser. Weißt du warum? Weil, die einfach schneller sind als die fucking anderen Pferde, ja? Die fucking anderen Pferde sind einfach scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Wer hat Post? Ich habe Post, ja? Machiavelli's Kontaktperson treffen und den Brief nehmen, den er bei sich trägt. Akzeptieren wir? Ja. Volle Synchronisation. Denn Borja kuriert weniger als eine Minute fangen. Ja, das stimmt. Das dürften wir schaffen. Oh, ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Machiavelli, komm. Komm, komm. Machiavelli. Irgendwie schlecht bist du eigentlich. Ich bin schneller als du, Alter. Und ich gehe. Ja. Chillig Musik im Hintergrund. So läuft's. Reden sie jetzt auch mal ein bisschen. Ein paar Worte. Komm, wenigstens ein paar Worte. Am wenigstens ein paar Worte. Nein? Na, okay. Der nicht. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht machen. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Die Amerikaveli haben echtes Problem. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonate mi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Den haben wir schon mal. Junge. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn! Trefft mich bei den Thermen. Der Schlüssel ist verschlüsselter Romulusbrief. Den Wochi-Korean-Medien-Guards-Animator-Fang haben wir geschafft. Oh yeah. Wo ist unser unser gutes altes Pferd? Ey, wo ist unser gutes altes Pferd? Ey, Maki. Da ist unser Pferd. Das ist ein geiler Ding, ey. Ich könnte es lieben, Alter. Alter, weißt du, wieso gehst du eigentlich zu Fuß, Machiavelli, Alter? Ist das ein Problem oder so? Wenn ich dich jetzt töten würde, geht das erstens? Und zweitens? Boah, 60 Florien im Banktresor, Alter. Junge, übertreib nicht. Guck mal, ich kann... Das Pferd sucht seinen eigenen Schwanz. Naja, egal. Machiavelli, bis später. Guck mal. Sag mal Tschüss. Ja, erst mal Nackenkratzen, ne? Ho, ho. So. Äh, man kann ja bisher, glaub ich, nicht sehr viel machen. Wow. Stark. Stark. Sag ich jetzt einfach mal so. Stark. Schwierig ist... Also, das zeigt auch die Schwierigkeitsstufe an. Da komm ich, glaub ich, noch gar nicht hin. Da komm ich aber noch, glaub ich, hin. Ich werde mal, äh, äh, dorthin reiten. Und mal ein paar Boche-Türme machen. Denn, äh, ich hab Bock drauf. Das ist ein guter Grund. Das wäre eigentlich ein guter Grund, aber wir können es leider nicht machen. Unser Zugriff ist leider sehr beschränkt. Wenn man das so sagen kann. Kommt da hin schon eigentlich? Kommt da. Am Rande des, äh, erlaubten Reiten, Ezio, Auditore da Firenze und meine Wenigkeit äh, ne, ja. Durch die Landschaft von Rom. Oh no, Sir. Das heißt, wir können eigentlich nichts anderes machen, als die Mission. Aber die Mission ist ja auch nicht, äh, komplett für den Arsch. Fert, du bleibst aber hier in der Nähe, ne? So. Creepy El Lupo den Brief zu Machiavelli bei den Trajanstermen bringen. Gucken wir gerade, ob ich überhaupt Zeit habe dafür. Ja, ich denke schon. Keine volle Synchronisation, keine Gesundheit verlieren. Ich denke da, das ist in Ordnung. Creepy El Lupo Los geht's. Akzeptieren. Äh, sorry. Ich hab, äh, gerade was gemacht. Beziehungsweise ich muss kurz schneiden. Egal. Habt ihr vielleicht gar nicht bemerkt. Egal. Und erst mal das kleine Messer nehmen. Hä? Habt ihr ein Problem mit? Na? Wohohohoho! Etzion, idiola Frenzy! In der Hut, meine Freunde! In der Hut! Erstmal hier, äh, also voller Synchronisation. Logisch. Ich mein, was habt ihr erwartet, meine Freunde? Oh Gott, bin ich dumm, Alter. Geste? Aber egal. Wow. Hey. Erstmal durchsuchen, meine Freunde. Wir brauchen Money. Ganz viel Money. So viel wie möglich. Gott. Durchsuchen, bitte. Den durchsuchen wir auch mal, bitte. Okay. Jetzt ist es ein bisschen langweilig, aber wir wollen Money haben, auch wenn es nur 18 Florinen sind oder so. Fick dich, Alter. Ah, ja. Also, dünn bekleidet, würde ich sagen. So. Gehen wir jetzt mal hier hin. Wir müssen von hier gekommen sein. Ja, ganz bestimmt Ezio. Natürlich. Komm, mach mal auf hier. Komm. Komm, tritt mal gegen. Richtig. Ezio. Oh, die Tore dafür. Jetzt macht es richtig. Like a boss. Ja. Kann man einen Schluck trinken, eigentlich. Pures Mineralwasser. Ja, okay. Jetzt ladet erst mal. Übrigens, ich habe noch keine Next-Gen-Konsole. Ja, muss ich zugeben. Ja. Finde ich auch nicht schlimm. Vielleicht gewinne ich mal was. Irgendwann mal. Ja, PS4 oder so. Die Hallen von Nero. Den Schrein des Rumolus finden. Akzeptieren. Volle Synchronisation der Erinnerung innerhalb von 8 Minuten Bänden. Das wird zwar möglich sein, aber ich schaffe das nie. Ich glaube, ich habe es bisher einmal geschafft. Und das ist gerade so 7 Minuten 59 oder so. Ich werde es versuchen. Das wird schon klappen. Und selbst wenn nicht, dann ist es ja auch nicht schlimm. Ich meine, ich will jetzt nicht alle auf 100% kriegen. Nur das, was möglich ist. Wenn ich es schaffe, dann ist es toll. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es halt so. Ich bin jetzt nicht so der Freak, der es unbedingt braucht. So, und dann noch einen rüber. Komm. Los. So, und dann machen wir, bewegen wir diesen Schalter hier. Den wir auch schon aus Assassin's Creed 2 kennen. Genau, dann füllt ihr hier Wasser rein. Dann seht ihr schon die Risse im Becken. Dann kann man schon erkennen, dass es auf jeden Fall nicht mehr lange dauert, ne? Bis das einbricht. Das ist unser Ziel. Das einbricht. Das ist unser Geheimer Weg hinein. Wobei ich mich frage, wie kommt ihr denn da bitte aus dem Becken raus? Oder haben die hier eine Tür oder so, die Etsy nicht aufkriegt oder so? Keine Ahnung. Naja. Das ist ja auch nicht hingefragt. So, also zwei schöne Dinger sind offen. Äh, wo lang laufen wir jetzt? Ich hab so eine schlechte Vorhinein. Was ist das schlechte? Ich hab halt eine Vorhinein. So, und hoch. Nein, nein, nein. Oh Gott. So schaff ich auf jeden Fall nicht die, äh, in acht Minuten das. Oh, der da nicht hochgegangen ist, aber... Ich will's gar nicht wissen. Irgendwie, äh, keine Ahnung. Leukämie oder so. Nein. Darf man ja nicht drüber scherzen. Ist ja... Nicht so toll, das Thema. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Ohne Scheiß. Warum auf jeden Fall jetzt ist es geklappt und gerade nicht? Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich. Manchmal ist das Spiel trotzdem schon ein bisschen buggy. Und, äh, es wurde noch schlimmer mit dem automatischen, äh, springen, etc. AC3, AC4. Hier, wie gesagt, hab ich noch nicht gespielt, hab ich Let's Play von geguckt. Das war's. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. So, jetzt müsste es eigentlich krachen. So, komm hoch. Jetzt mach mir den Köpper erst mal. Da waren zwar zwei Gestalten, aber die... Tun wir mal, okay, konnte übersehen. Äh, wir müssen irgendwo hochkommen. Und das ist, glaub ich, hier irgendwo. Äh, oder auch nicht. Äh, wir müssen trotzdem irgendwo hier hochkommen. Oder auch nicht. Aber ich glaub, es war hier. Ja. Genau. So, und dann springen wir da ran. Und gehen weiter. Einfach weiter, weiter, weiter. Sie klettern. Wie gesagt, da sind auch so, äh... Ist das das Hingengräber so ähnlich? So kann man das ungefähr beschreiben. Ja, so kann man das ungefähr beschreiben. So, gehen wir wieder rechts. Und hier müsste jetzt, glaub ich, eins... Ui, und... So. Gekonnt haben wir es gut geschafft eigentlich. Bisher. Wollte ich mal so behaupten. Stimmt ihr mir, denke ich, mal zu. Oh, und es fängt an zu brennen. Oh, macht ihr mir... Ah, 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 ah. Hier macht ihr mir wirklich Angst. Ja, ich kenn den Weg. Oh, no. Please. Please. I don't want this. I don't want this. Nein. Natürlich nicht. Also. Natürlich wollen wir das. Nervenkitzel und so. So. Bester Freund. An die kaputte Statue, an die Statue ohne die Arme. Ohne Arme. Spring. Erstmal. So, dann geht's weiter. Ja, Ezio. Mach jetzt nicht einen hier auf. Ich lass gleich los. Ich kann nicht mehr leben. Mit dieser Sünde. Ja. Einfach ganz normal weiterklettern. Ganz ruhig. Und so. Uuuuh. Also in solchen Szenen denke ich mir so, boah, ACB ist schon so ein geiles Spiel. Also ACB ist die Abkürzung so, denke ich mal. ACB. ACB oder AC Brotherhood oder AC whatever you want. So. Ganz normal. Ganz normal. Woah. Junge. Ja, Ezio. Aussage, du hältst dich fest und wir sind alle glücklich. Woah. Bisher habe ich das eigentlich ganz, ganz gut geschafft. Mir nicht. Kann ja eigentlich nur schlechter werden. So. Was ist denn mit dem los, Alter? Wie soll man sein Leben mal hier komplett mal überdenken, würde ich mal so behaupten. Ist man hier hoch oder so? Ich weiß es nämlich nicht. Hier habe ich immer gehakt. Sieht man auch, warum ich gehakt habe. Weil ich es nicht hätte müssen. Also haken. Ich gucke es nicht.